Hier präsentieren wir die 5 besten Backofen mit Mikrowelle-Test. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Siemens Zentimeter 633 GBS 1 IQ 700 Backofen Elektro. Der 45 cm hohe tragbare Herd mit integrierter Mikrowelle, die schnellste Methode zum besten Backen sowie Röstergebnisse. Es ist sehr einfach, zweimal so schnell zu sein ein Schalter, da die integrierte Mikrowelle nicht nur beim Auftauen und Wärmen hilft. Es verkürzt die Vorbereitungszeit aller Mahlzeiten im Ofen, indem es für die gepflückte Art der Heizung eingeschaltet wird. Das mit idealer Top-Qualität. Das schaltbare, schnelles Heizgerät heizt den Ofen gezielt auf, ohne viel mehr Energie zu verbrauchen. Nummer 4. Neff C1 CMG 83 N0T. Der Neff Backofen mit Mikrowellen-Funktion verfügt über Auftau- und Kochprogramme sowie 8 Programme für gemischten Betrieb mit Heißluft für Aufläufe, Fisch und auch Fleischgerichte. Dank des einfachen Prinzips lässt sich das Werkzeug besonders schnell und einfach einrichten. Mit den Steuergriffen sowie Touch-Geraden-Optionstasten können Sie mit Leichtigkeit zum idealen Programm navigieren. Dank der Touch-Direkt-Optionstasten und der Steuerung der Griffe können Sie mit Leichtigkeit zum besten Programm durch die Mikrowellen-Programme navigieren. Der Griff ist voll eingefahren und assimiliert sich wohlwollend mit dem stromlinienförmigen, eleganten Erscheinungsbild der glatten Oberfläche. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer Dritter. Siemens Hektometer 633 GNS Erster, TFT-Bildschirm einfach aus jeder Sicht auszuchecken. Soft-Move sanft öffnen und auch die Ofentuner schließen. Vario Speed bis zu 50% Zeit der Sparnis bei der Zubereitung von Gerichten. Nummer 2. Einbau Backofen Appens 4503S KKT-Kolbe Diese autarke Kosten Backofen mit Mikrowelle, Reiniger sowie Grill von KKT-Kolbe ist ein Wunsch für alle Premium-Köche. Das Gadget kann bequem über Touch-Select-Sensor-Einheitsschalter gesteuert werden. Dank der Heißluftfunktion erreichen Sie eine optimale Wärmeverteilung im Inneren und erzielen auch hervorragende Ergebnisse, trotz der 3 Grad. In der Auftaufhase wird Ihr Tiefkühlkost zart und schnell aufgetaut. Die Pizzaeinrichtung ist ideal für Gerichte mit einem feuchten Topping sowie knusprigen Teig, wie Pizza, Quiche, Ozt sowie Käsekuchen. Es gibt 40 automatische Programme, die sowohl mit als auch ohne Dampf zum Kochen verfügbar sind. Und die Nummer 1 unserer Liste Siemens Hektometer 676 G0 S6 IQ 700 Star Backofen mit Mikrowelle mit 13 Heizarten BR4D Heißluft Heißluft-Eco, führende sowie niedrigere Hitze, Ober- und Bodenwärme-Eco Konvektions-Grill-System, riesiger Standort-Grill, kleiner Standort-Grill, Pizza-Setup, Cool-Start Verschiedene niedrigere Warme, langsame Kochen, Vorwarmung, Warmhalten Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.